Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihrem Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danke mir sehr noch nicht, Fräulein Schneider. Und now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English, for as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie das Blot. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Kommandor Spiegel. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the Fatherland. The French deserve each other. But, my God, I will miss the cuisine. Take the Ortolan. That tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then, it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring this sweet flesh or watching it thrash to death. But, there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Rousseau! This is for my combat. This is for my son. This is for me. Live la resistance. This is for my son. It's amazing. Thanks. Vielen Dank.